So, Bäuschen ist rum. Da ist er wieder. Weiter geht es natürlich. So, passt alles. Mal gucken, was der hier von uns will. Bäuschen ist nicht mehr, mehr Profesional, nicht mehr Unstable, mit einem Huck oder einem Handlauch. Idiots. My place has the most fame for the fuck. My stuff is dynamite. Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. I'm sorry. I'm a little bit short-fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try. I really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package and I'll provide you some free stuff, huh? What do you think? Yeah, of course. What's that? Thank you, Gibb, for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. Moment. Moment. Der will, dass ich... Okay. Gelber Punkt ist da oben. Ooh. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Hilfe. You may approach me, Beggar. I have a daring quest for you. Bombe. I would be silly to assume that he just strapped explosives. Right, pal? Läuft in Echtzeit. Probably nothing to worry about. But step on it, will you? Hilfe! Ähm. Ähm. Okay, die Uhr hatte gerade einen Hänger. Die Uhr hatte aber gerade einen Hänger. Ho, 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 ho! Höh! Höh! Warum? Warum, wie viele Sterne? Mami! Oh, ich hab irgendwas eingesammelt unterwegs. Ui! Hui! Holy crap! Sorry, but no. Nö, 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 das glaube ich dir nicht. Nö, 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 nö. Nein! Ich pisse dich an. Ich sehe, du hattest jetzt 14. Ich sehe da hinten was. Ähm. Rrrr. Rrrr. Alter, 49 Fehler. Ernsthaft? Und das in dieser kleinen Stadt? Hier stehen sehr viele Polizisten rum. Ich hab kein Geld. So, ähm. Ey, komm. Du hast doch ein paar Cent für mich. Just a moment. There you go. Ja, 39 Cent. Und du hast auch was für mich. 1,68. Die sind echt spendabel. Also, kann ich mich nicht beschweren. Was ist denn? Ach, das Norden. Das ist rot. Das sieht aus wie ein rotes Kreuz auf der Minimap. Ähm, zum C. Möchte ich gerne. So, hier liegt wieder was. Müssten wir ja gleich da sein. Was dann eigentlich das Dollarzeichen auf der Map zu bedeuten. Das ist ja so eine große Menge Gegner. Da gibt's doch wieder irgendwas. Irgendwas muss es doch da geben. Das hat uns die Erfahrung gezeigt. Da blinkt wieder was. Da blinkt wieder was. Pissattacke! Yeah! Wieder eine Blaupose. Nice, nice, nice. Ich brauche was zu essen. Karl, komm mal her. Gib mir diesen da. Gib mir diesen da. Zum Klauen will ich. Komm ich schon da jetzt am besten hin? Ah, okay. Komm ich hier oben lang? Ja! Ey, da steht schon wieder welche. Alter, was ist das? Hä? Hä? Was habe ich? Oh! Oh! Okay. Ja. Oh! 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 Ich brauche... Warte mal! Ich habe noch... Scheiße! Ich brauche noch ein paar Punkte. Äh... Ich will jetzt in den ihre Base dort rein. Da gibt es bestimmt wieder was Geiles für mich. Kann ich... Lol. Bounce! Bounce! Was ist denn das Teppich? Oh, dieses Anpissen finde ich so geil. Das ist so geil, das Anpissen. Äh... Karl? Oh! Jetzt hängt der hier fest, oder was? Ups! So, Karl, komm mit! Wir wollen da hin! Oh! No! Hm... Unser Bauplatz! Uh! Okay Ich hab ein Bett Cool Holz Ähm Der Karl ist aber voll Nein, das nicht Das da Werkbank bauen Bau Modus Katalog Fähigkeiten, Produktion Utility, Kochen, Garten Verteidigung Bauwerke, Dekoration Das müsste hier sein Nö Produktion Ja Ähm Stell dich jetzt einfach mal hier hin Ähm Kann ich Irgendwie So Reparatursets Ähm Hier Inventars voll Äh Nein Mensch Karl Red dich mal hier ein bisschen um Komm 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 här So Hammer. Ich nehme es gleich. Achso. So, ein einfaches Laboraturset raus. Was ist das hier? Oh, okay. Okay. Oh, uh-huh. Good job, pal. I didn't like the part where I was a living bum, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Okay. Ähm. Nägel. Nägel. Inventar ist voll. Kann ich Kisten herstellen? Irgendwie sowas. Wartet mal. Ähm. Er war das. Und Tab. Kisten. Brauch Nägel. Moment. Ach, da ist noch ein Holz drauf. Äh. Nägel. Moment. Moment. Ich hätte hier nämlich gerne mal eine Kiste. War das hier? Ja. Steht mein Bett im Weg. Baummodus verlassen. Katalog öffnen. Baummodus verlassen. Baummodus öffnen. Ich kann das nur zerstören. Okay, dann bauen wir uns irgendwann mal ein neues. Äh. So. Äh. So. Ah. Zigaretten. Das. Und hier Arbeitsmaterial sowieso darüber. Äh. Es ist noch mehr Arbeitsmaterial. Und die paar Samen kommen darüber. Und die da. Gut. Ähm. Essen und trinken. Reparaturset. So hab ich... Ja. So hab ich kein Inventar. Okay. Ähm. Für was kann man die ja verwenden? Zu Schrott machen. Dann machen wir das einfach nochmal. Holen wir gleich die zweite. Nein. Holen wir gleich die zweite mit raus. Äh. Und die können wir... Oh. Müll. Verkaufen. Oh. Verkaufen. Für was können wir die, äh... gebrauchen? Alter, das bringt ganz schön wenig. Das bringt ganz schön wenig. Ich... Hui. Hui. Äh. Da rüber. Das war glaube ich auch nur Müll. Zum Verkaufen. Ja. Nein. Das nicht. Ach. Das nervt. Das... Ich... Ich... Ich muss mir das hier wieder anders anordnen. Das muss auf jeden Fall unten bleiben. So. Äh. Larch braucht man nicht. Vorerst. So. Zu zäh, müssen wir mal. Boah, der hat eine ganz schöne Sprungkraft. Holy shit. Cool stuff. Ich guck mir das dann später an, für was das ist. Metall immer gut. Oh. Metall. Metall. Woo. ... Oh. Oh. Mm. Oh. Oh. Wo? Wo? Hm, dann nicht. Schade, ich dachte den Spaß kann man sich hier erlauben. Äh... Oh, ist das Essen? Nö. Nö, nö, nö. Was hat der... Was macht der da? Holy shit. Du, 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 du. Ach, Karl, Alter, kannst du dich mit immer ordentlich bewegen? Das müssen sie eventuell immer noch fixen. Oh, nice. Ein Spielzeugauto. Essen. Essen. Noch mehr Essen. Wieso, was müsste in den noch reinpassen? Ja, ja. Wow, das passt wieder nicht. Dann erstmal's. Du, 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 du. Du kennst das dritte. Keep your distance, look away. Ja, ja, ja. Wir haben deine Message. Was ist passiert? Hast du gesehen, dass die Straße voll von Bugs sind? Aber die Creeps sind nicht mehr zu sehen? Ja, und? Wir sind einfach besser zu schlafen. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Die Bugs haben einen koordinierten Attacken gegen alle Creep-Member. Sie fordern sie, sie zu Bombeville zu verlassen. Wie heißt die Stadt? Pennerhausen? Okay. Da lang. Oh, Tocke. Oh. Warte mal, der ist doch voll. Wo sind die Samen da jetzt hingewandert? Äh... Da lang. Aha, was ist denn hier los? Hier die sind! Go get up, Tiger! Äh... Moment mal. Moment mal! Wieso? Und wo sind die jetzt hin? Das ist ein Molotov! Die Creeps are the true rulers of this city! Simply follow the bug-themed graffiti if you want to find their disgusting nests! Uh... Ja... Uh... Was? Uh... Carl! Ihr müsst nach Hause! Uh... Meine Baumeshosen! Warum ist das noch einmal so weit weg? Das ist nur das Ganze! So, ihr könnt kommen! Ihr feiken Hunde! Carl, du beschützt meine Kiste! Das ist eine lebenswichtige Aufgabe. Scheiße, mehr kann ich da nicht reinpacken. Vielleicht nochmal schnell hier. Guck mal, was zu trinken her. So. Hey, nur nix. Äh, 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 du Penner. Alter. Ich wollte jetzt so wichs viel sagen, es tut mir leid. Aber... Ähm. So, den haben wir's gezeigt. Nee, das wollte ich nicht haben. Das da. Ich brauche unbedingt noch in die Kiste. Ey, es ging doch gerade. Oh, ich will's mich verpillen. Was ist denn das für ein Abstand dazwischen? Äh, das kann man verkaufen. Das kann man wieder recyceln. Äh, ich muss tatsächlich mal gucken. Das eine will ich nur Bauressourcen jetzt rein haben. Also, raus damit. Raus damit. Das hier rein. Das hier rein. Ich muss auch kurz mit dem Baumodus raus. Äh, das... Das... Das Holz kann hier mit rein. Und die Pappe kann hier mit rein. Okay, man kann nochmal 20 Stück aufeinander stapeln. Nice. Äh... So. Weil, warum stehst du schon wieder dort? Sollst du die Kisten beschützen? Äh... Karl. Ich zerschrotte dich auch gleich. Das ist Müll. Müll. Äh... Die Sormen kommen hier rein. So. Ein bisschen Essen kann hier rein. Tatsächlich. Äh... Was macht man mit dem? Muss ich dann mal nachgucken. Ich brauche halt noch eine Kiste für Essen. So sieht's aus. Kann man verkaufen. 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 Okay. Das kann man wieder recyceln. Das wird verkauft. Verkaufen. So. Äh... Hier. Äh... Da hin. Alter. Jedes Mal. Ich bräuchte noch einen Nagel. Äh... Will ich jetzt aber nicht verballern dafür. Ganz ehrlich. Möchte ich dafür jetzt nicht verballern. Äh... Ne Essenskiste wäre halt noch richtig geil. Das wäre noch Baba. Das Reparaturset kommt erst mal da rein. So. Ähm... Die haben gesagt, ich... Kann den Mist verkaufen. Karl? So. Hier ist doch was zum Verkaufen. Ähm... Dollarzeichner. Ja. Ja. So. Okay. What treasure did you drag out of the train? Bring back some cool stuff. Äh... Ach Gott. Muss ich das jetzt ernsthaft alles einzeln machen hier? Ja. Warum habe ich jetzt mein ganzes Metall dabei? Das würde mich mal interessieren. Kriege ich jetzt mein Geld? Äh... Verkaufen. Sieben Cent. Tell your friends, we've got the best prices for gold and silver. Ja. Packernsammlung. Karl? Karl? Also der hat die Ruhe weg. Der hat die Ruhe weg. Äh... So, ansonsten gibt's hier nix. Aha. Was treibt ihr hier? Der hat die Ruhe weg. Der hat die Ruhe weg. Oh! Oh! Äh... Äh... Wo ist er? Ja, Yoder, man! Ah! 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 So! Was hat denn jetzt hier getrieben? Hä? Gibt's keine Blaupause? Gibt's da Leben? Nein. Cool stuff! Hi! Äh... Da ist wieder so eine Ansammlung. Von idiotischen Heinis... Oh! Rettungsmission! Ja! 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 Oh Pissattacke Pissattacke Los So äh Blutpause Äh Ja Die haben sie richtig gemütlich Muss ich sagen Hier haben wir Zelte Lagerfeuer Wohnanhänger Also die haben es echt gemütlich Ich hab einen Pilz Ich hab einen Pilz Ich hab einen Pilz Äh Hier ist wieder so eine Ansammlung Die ist tatsächlich dort oben Wow Komm ich da irgendwie hin Äh Äh Knoblauch Da haben wir eine Knobizee gefunden Na Hier komm rein Sehr schön Da gab's nix Au 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 Ich bin unten Ich bin unten Da gab's Pimmelklatscher Ja Egal Fertig Ich bin nur noch Spazieren Guck mal schnell auf die breite Nase Scheiße, ich muss gleich zu mir. Was ist denn da oben los? Also mal ganz ehrlich, ich würde sogar wirklich jeder meine Base aufbauen, wenn sie mir jetzt dort alles zerstören. Boah, jetzt komme ich hier nicht raus. Scheiße. Alter, diese Lenkung. Geh weg, grüner Gnome. Okay, den darf ich so nicht angreifen. Ja, wo bin ich denn gespawnt? Hier sind überall Feinde. Scheiße. Bin ich am Arsch der Welt hier. Ich muss mit definitiv neuen Platz für eine Base suchen. Es geht nicht anders. Aber diese Lenkung hier noch ganz ehrlich, die ist für den Arsch. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. Eita! Hä? Warum? Das ist halt nur 10. Willst du mich verarschen? Scheiße! Wo habe ich jetzt meine neue Base gefunden? Wo war denn das? Da unten, das ist nämlich auf einem Dach. Kommt man nur von einer Seite ran. Ich will dort hin. Zitterl und Tee. Zitterl und Tee. So, das war auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Äh, Karl. Astronaut 1 Platz 2. Äh. Äh. Scheiße. Das kann da hin. Ich muss jetzt mal ein bisschen koordinieren. Hier. Kann ich mir dann eigentlich so einen Recycler neu bauen? Aber ich kann zerstören. Ja klar. Werde ich den dann neu bauen können. Das bin ich jetzt schon. Pfff! Dass man hier von 3 Seiten angreifen kann, das gefällt mir überhaupt nicht. Ne. Ähhh ... so weitermachen das wird verbraucht das wird verbraucht so essen kommt unten hin samen ballern wir jetzt mal dorthin ich kann das ich muss mein vogel hier lassen will ich aber nicht so ich habe einfach zu viel zeug ich werde bestimmt hin und her fahren dürfen jetzt ich lasse die samen erstmal hier die hole ich dann später ab genauso wie der knoblau und der pilz bauresourcen sind erstmal am wichtigsten jetzt und natürlich nahrung ich muss mal gucken vogelkäfig kann man neu bauen okay wo waren die werkbank da und ja den kann man auch neu bauen alles super alles subi äh müll zigaretten müll das hier waren nur noch die seeds drinnen genau ähm f äh f so das war richtung süden vorher gehen wir mal hier zu den roten pennern äh die stehen einfach nur so rum oh scheiße du 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 zu so Da unten Da kommt man runter Da kann ich zu den roten Idioten gehen Weil Damage gibt es ja hier irgendwie nicht Das ist auf jeden Fall schon mal nice Ich muss von der anderen Seite ran Mach Platz Karl Ich muss die Leute retten Aber von wo? Oh 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 Ich habe schon wieder Talentpunkte Na warte Hey ich habe dich geredet Das nächste Mal hälfte mir Wenn ich eine neue Base habe Apropos neue Base Da ist es Da ist das Haus Ne warte mal Das war es nicht Das war nicht das Haus Wo ich hin wollte Da oben Bugs Nein Das gehört ab heute Ja Hier ist man nicht durchgekommen Das ist sehr gut Man kommt nur über den Rückweg Hier lang Das heißt Ein einziger Eingang Sehr schön Als erstes mal eine Werkbaut Das ist viel Platz Ähm Schredderino So Und mein Piepmatzkäfig Der darf auf keinen Fall fehlen Der hier So Genau Äh Kisten Wie viel Nägel Ganzhaft Dann stellen wir welche her So Kiste Eins Zwei Drei Vier So Baumaterialien Hier rein Genau In die Zweite Kommt Essen Oh Der hat sogar gute Hotdogs Alter Warum Ist jedes Mal Das scheiß Baum In die Offen Schon wieder Ich hab Kein R Gedrückt Hier Hier Kommen Die Seeds Rein Alter Ganz ehrlich Das muss Gefixt Werd Ich geh Einfach Um die Kiste Rein Und Es Öffnet Sich Das Baumenü So Karl Du hast Nix Mehr Karl Wir Gehen Noch Den Rest Holen Wo auch immer Das war Nein Nein Oh Mann Du scheiß Drecks Bulle Rennt Er Mir Mitten In Den Weg Ihr Habt Es Alle Gesehen Der Schwär Mitten In Den Weg Gerannt Der Hund Äh Die War Leer Die Ist Leer Äh Rüttet Und C So Jetzt Ist Das Baumenü Natürlich Gut Aber Jetzt Nicht Mehr Mit Komm Karl So Ein Drecks Polizist Kann Da Nicht Wahr Sein Karl Karl Ja Karl Noch Mehr Oh Okay Das Nehme Ich Gerne An Das Auch Ich Habe Noch Skill Punkte Ich Kann In Inventar Arbeit An Alter Das Ist Mir Scheiß Egal Dort Das Ist Doch Nicht Mal Bei Mir Meine Base Ist Doch Jetzt Da Oben Ja Macht Überfeilt Mir Ist Das Egal Mir Ist Das Egal Can Hold on to that For You Cool Stuff Stay Away From Me I Hate Bombs Gibt's Mir Nichts Hast du Pech Wirst du Angepisst Was ist Das Hier Bahnhof Cool Äh Genau Erstens Mal Das Da Da Kann Ich Nichts Mehr Kaufen Schade So Aber Da Ist Ein Pilz Auf der Anderen Seite Geht's Auch Runder Nö Aber Da Hinten Scheint Was Zu Sein Oder Es Ist Ein Grafik Fehler Weil Gras Durch Die Wand Scheint Ja Da Ist Wieder So Ein Bug 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 Bugs Dings Carl Da Boah Boah Heizung kommt mit Die gibt immer Gut Stuff Hier ist Hier ist wieder so eine Backhaus Oder wie man das nennen möchte Und Da oben ist wieder so eine Base von denen Um die Base werden wir uns auf jeden Fall kümmern Und hier drum auch denn ich will die Fehler haben Hey du Strichener Landschaft Achso ist das ja Hä Was ist jetzt Was ist jetzt Was ist jetzt Was ist jetzt Ja Angepisst Sonst gibt es hier nix Keiner mehr versteckt Nö Okay Okay Oh Äh Möchte ich vielleicht wirklich mal Anlauf nehmen Wuii So Jetzt geht es da hoch Jetzt werden die Bugs da oben vertrieben Die Bugs da oben vertrieben Was ist das denn Loll Was ist das Ist das denn ihre Base Holy shit Haben die es hier gut Verteidige deine Base Die ist mir gerade scheiß Egal Weil das meine alte Base ist Well we're just getting started Stop that you creep Fuck You're gonna regret Fuck How do you like that creep We're just getting Thanks for helping me out I'll make sure to return the favor Okay Äh Da sind noch Mehr Ne Ist hier Ziel Schießende Mich hier irgendwie raus Ja Ähm Da drüben sind halt wieder welche Bei euch kann ich einen Brunnen machen Alter Was war deine Dinger stecken So Meine Base hier oben Ist ja nicht mehr meine Wir wollen nämlich auf das Dach von dem einen Haus gehen Das wird unsere neue Base Hier pümmeln schon wieder ein paar rote Spastis rum Hä Was 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 Hä Was willst du Großer Tischblaupause Geil Da können wir uns noch eine Die Base Aufbauen Würde ich sagen Es wird Nacht Okay Das heißt Ich bräuchte jetzt da oben Sogar noch ein Bett Tatsächlich Okay Ein Punkt dort noch Und ich kann hier unten immer Ein Samen einsammeln Oder zwei Cool Du 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 Ähm Hat sie schon wieder das scheiß Baumenü geöffnet Ich 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 kotze ab Ich kotze einfach hier nur ab Gerade Das kann doch nicht sein Hier hätte ich die Samen drin Okay Das alles Jetzt ist die Frage Das müsste eigentlich Ja doch hier mit rein Dafür brauche ich auf jeden Fall irgendwann noch eine extra Kiste Äh Milch Milch Baumaterialien Karl Äh Moment mal Karl Ach jetzt bist du da Kommt Ein Stück noch Gott Ich muss erstmal was futtern Sehe ich gerade So So Da mir das Spiel aber so viel Spaß macht Mache ich jetzt eine ganz kurze Pause Und dann werde ich noch ein stündchen weiter zocken Ähm Ja Wir hören uns gleich wieder Duh Rockstar Dance Until I drop My life is just hard If my home is the club My stage is the dance Your party never stops